Sehr geehrter Herr Föller, es sind Kreise in der Gegend. Entweder zerstören wir sie alle oder nehmen ihre Basis ein. Ich sehe einen. Die Hand ist gepumpt. Ich habe einen Gegner gepumpt. Erlaubt. Ich habe einen Gegner gepumpt. Ein Durchschlag, Seifer. Gegner gesichtet. Wir haben uns angekratzt. Wir haben uns gepumpt. 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 Die Hörbe sind in der Gegend. Was ist der Kette? Wir haben uns gepumpt. Wir haben auch gepumpt. Ich habe uns gepumpt. Wir haben gepumpt. Wir sind wieder oben! Los, los, los! Beinah weniger! Die haben jetzt ein dickes Loch in ihrer Pantone! Die haben uns ein dickes Loch! Die haben uns ein dickes Loch! Die haben uns ein dickes Loch! Schuss bereit! Die haben das mit uns undieder Heavenly. Die haben wir bei der Konex. Die haben wir bei der Konex-Masche ab. Und, die haben wir bei der Konex-Masche. Die haben wir wieder in eine solche Loch. Die haben wir wieder in eine solchemache. Die haben wir wieder in einer solchen Ame-Masche. Die haben wir gerade in eine solchemache, die können wir nicht mehr langs کی. Der Gegner hat uns im Visier! Er hat sich kaum angekratzt. Das hat ein großes Loch hinterlassen. Die gesamte Behandlung hat die Schiebung herausradiert. Schiff bereit! Schiff bereit! Wir haben die Panzerung durchschlagt. Die Hälfte sind entdeckt. Wir sind selber durchgegangen. Gegner, Schluss rein. Du hast einen Stauper aufgelenkt. Alles klar? Das ist ein Stauber. Versteck, es ist ein Stauber. Das ist ein Stauber. Das ist ein Stauber. Das ist ein Stauber. Das war eine Stauber. Das war eine Stauber bei der Stauber. Das war sie. Das war ein Stauber. Was ist das? Wir haben die Kounden angetraut. Wir haben die Kounden angetraut. Wir haben die Kounden angetraut. Den Haftmog, keine Granaten! Die Kounden angetraut! Wir haben die Kounden angetraut! Wir haben die Kounden angetraut! Wir haben die Kounden angetraut! Der Gegner hat uns im Vizier! Wir haben es geschafft! Go for it! Und jetzt kommen wir an!